Ich hab nicht geguckt. Du hättest rechts durch die Doppeltür gehen müssen. Achso. Da geht deine Leiter nach unten und dann abgeht's. Ja hier geht auch eine Leiter nach unten. Deine Mutter geht auch nach unten. Boah, geht wieder los. Es geht wieder los. Es hat zwei Minuten gehalten. Ah, schade, ne? Weiß es nicht. Wo ist denn hier eine Doppeltür? Doch, man weiß es. Meinst du die hier? Ein Doppel. Dann bin ich draußen. What the fuck, Markus. Bist du eigentlich schwer, Wehner, diese unfertige Doppelwichse? Guck doch mal, was ist das denn da? Ach, unfertige. Das kann ich doch nicht wissen, dass sie unfertig ist. Das ist unglaublich, Kevin, ne? Willkommen zu einer neuen Minecraft-Ausnahme bei den GamerPanthers. Ich bin der Kevin und dabei sind der Niklas, der Markus und der Alex. Die Viren-Bahnberg wurde aktualisiert, Mama. Danke für diesen kreativen Einwurf. Ja, ich hab hier gerade schon ein wenig weiter gebaut, während ich auf die Heinz gewartet hab. Ähm, ihr habt den Wasserfall... Ah, gerade Heinz genannt? Ja. Ne, heini. Ich hab den Wasserfall noch einen Tick erhöht hier, und jetzt will ich hier oben noch eine zweite Plattform errichten. Ohohohoho, wie edel. Ja, was gibt's denn zu erzählen? Ja, von dir bestimmt nichts, Kevin. Ja, von dir, Niklas. Ich mag Kevin. Scheiße, brauchen wir viele Gleise für die Wechsel. Das gibt's doch gar nicht. Ihr habt doch gesagt, die reichen nicht. Ne, die reichen doch nicht mal für, weiß ich nicht was. Ja, ach. Brauchen wir ja mindestens, weiß ich nicht, wie viele Gleise. Leck mir am Arsch. Mehr. Ja. Ja, leicht. Leicht, jetzt send mir die. Oh, scheiße. Ja, was wollen wir denn da mal anfangen? Ich weiß nicht, wo die Wechsel ist. Ach so, ich kann dir die Koordinaten sagen. Also, Kevin hat mal ne Mine gefunden. Ja, dann mach mal. Liegt auf. Na warte. Ich kann's dir ja schon mal sagen. Ja, ich schreib mir die mal grad auf. Ach stimmt, ich hatte ja die Koordinaten geschrieben damals, ne? Also, einmal, Markus. Das war eigentlich meine Mine, ne? Das kann steuern, wenn er was draus findet. Das muss er ja abgeben. Kevin, du kannst doch die U-Bahn gar nicht benutzen. Was willst du? Also, einmal, Markus. In der Wüste ist auch noch ne Mine, wenn du da hingehen würdest. Aber das ist gerade zu weit weg. Die hier ist nämlich dichter dran. Und zwar X384. Ja. Y20. Ja. Z61. Alles klar. Das kannst du meinetwegen schon mal vorgehen. Ich komm dann gleich schon mal nach. Ich baue mir schon mal Equipment auf. Ja. Ja, das kannst du natürlich auch schon mal machen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man machen, wa? Erstmal Equipment. Erstmal. Dann kannst du die Zombies schlachten. Dann kann man ja auch nicht schlachten. Ja, das natürlich auch. Aber in erster Linie die Zombies. Das wäre mir persönlich lieber. Ich sollte mir meine Equipment auf den Box hinbauen. Hab ich hier noch Sand mit drin? Brauche ich denn da für Bogen? Ne, ne? Doch, für Cre... Ne, für Cre... Ne. Und Wasser. Wasseralver meintest du, ne? Ich glaube ich schon nie. Äh, ja. Dann musst du die nicht extra abbauen. Dann geht das ein bisschen schneller. Dann blendest du kurz im Wassereimer. Nimmst ihn halt wieder weg. Und dann fallen die da alle ab. Das geht dezent schneller. Ja. Na, Markus, was machst du jetzt? Du gehst in den Minusraum. Das hat er gerade gemacht. Ja, ich muss hier ein bisschen rumgucken, weil ich auf meine 64 Glas warten muss. Wo geht's denn zur EU-Bombardier, Markus? Hier runter? Ja. Kann ich dir mal zeigen. Ist aber noch nicht fertig, Kevin. Kannst du schon mal ne Loro bauen, Kevin, dann kannst du schon unter... Ja, gut. Außer den Antriebsschienen, die noch fehlen. Äh. Wenn das so theoretisch schon unter der Steuerung zu deiner. Und der Antriebsschienen ist ein bisschen schlecht. Dezent, ja. So. Du kannst ja auch einen angetriebenen Wagen bauen. Da brauchst du einen Wagen mit einem Ofen drauf und den kannst du dann befeuern. Dann fährst du ihn auch. Markus, das ist ein Strip-Main-Gang wie du Mongo. Hä? Das ist doch ein Strip-Main-Gang, ja. Ach, du bist durch die Haupttür gegangen. Du bist ja auch behindert. Ich hab dich gefragt. Wie lang? Hier lang? Ja, ja. Ich hab nicht geguckt. Du hättest rechts durch die Doppeltür gehen müssen. Ach so. Da geht deine Leiter nach unten und dann abgeht's. Ja, hier geht auch eine Leiter nach unten. Ja, deine Mutter geht auch nach unten. Boah, geht wieder los. Es geht wieder los. Es hat zwei Minuten gehalten. Ach, schade, ne? Er weiß es nicht. Wo ist denn hier eine Doppeltür? Doch, man weiß es. Meinst du die hier? Ich bin Doppel. Dann bin ich draußen. What the fuck, Markus. Bist du eigentlich schwer, wen hat diese unfertige Doppelwichse? Guck doch mal, was ist das denn da? Ach, unfertiges. Kann ich noch nicht wissen, dass sie unfertig ist. Das ist unglaublich, Kevin, ne? Ich geh nicht die Leiter runter, wo nur eins ist. Ja, das hab ich schon probiert. So fällst du runter bis tot. Das ist gut. Bei dir weiß man ja nie. Das ist genial. Da geht's Richtung Kevin Haus, Alex und Niklas. Gut, dass ich das beschriftet hab, ne? Da geht's Richtung, hier ist Markus. Und da geht's Richtung Kevin Born. Ja. Hä, wieso mach ich mir jetzt so viele Spitzhacken? Aber das brauchen wir eigentlich. Wir brauchen eigentlich nicht Spitzhacken, oder? Oder doch auch. Warum fehlt mir eigentlich ne Tür? Spitzhacken geht immer heißen. Ja, wenn du unterwegs Rohstoffe findest, kannst du dich natürlich mitnehmen. Also... Ja, ich mach mal ein paar Spitzhacken. Was braucht man denn meistens essen, oder? Essen werden wir bestimmt brauchen, aber da kann ich für uns beide jeweils zwei Stacks Ofenkartoffeln mitbringen. Ja, ich hab nämlich nix mehr in der Hinsicht. Ja. Dann bring ich dir auch noch was extra mit, oder so. Ich komm dann gleich zu dir und dann gehen wir von dir aus los, okay? Alles klar. Also muss ich noch ganz kurz gedulden. Ja, ich muss mich hier noch ein bisschen equipen, hier. Leitern mitnehmen. Ja, ne? Mach uns halt die Schweine. Ey, die brauchen wir nicht, aber... Ich würd auf jeden Fall, äh, n Stack... Plastersteine, also Cobblestone mitnehmen. Ja. Falls du dich irgendwo hochbauen musst, oder so. Ja. Und Holz auch, ne? Für irgendwie, falls man mal... Du kannst ja dir jetzt schon... Ne, warte, ich kann ja ne Workbench mitnehmen. Ich hab ja noch... Ich nehm mal acht Holz... Ne, ich nehm mal... Ich nehm mal 16 Holzblöcke mit. Komm. So, was brauchen wir noch? Ich kann auch... Ich kann auch 64 Rohholz mitnehmen, also so ist es nicht. Fackeln. Übrigens, wir haben eben wieder nicht Auerregen. Mach's gerade. Achso, null, ne, ja. Stimmt's aber. Ja. Das ist wahr. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, haben wir auf Null gestellt? Haben wir noch nicht gemacht eben, ne? Ja, auf Null haben wir nicht gestellt. Jetzt hast du auf Null gestellt, aber... Ach, ne. Hast gar nichts gemacht. Mach's gerade. Mach's dir selbst. So. Gibst du mir mal bitte, ähm... Alex. Ja. Ach, das ist der Kevin, der Wichser. Hallo. Ich hab... Alex, wo bist du denn? Ich bin gerade... Ich muss mir mal kurz Lava... Ich hab keine Diamantrüstung. Wie soll ich denn Alex sein? Ja, weiß ich ja nicht. Du hast eigentlich so eine behinderte Hose an, die so scheiße leuchtet irgendwie. Das ist eine... Ne, bei mir leuchten nur die Schuhe der Helm. Hallo. Ja, sieht die auch aus. Aufstand der Lederhose. Wie so... Wie vom Straßenstrich irgendwie so richtig billig sieht die aus. Ja, typisch. Richtig so aus China zusammengeklebt. Von glücklichen Kinderhänden. Gleich beginnt der Aufstand der Lederhose, Marius. Gleich beginnt der Aufstand der Lederhose, Marius. Hm. So sieht's aus, Mann. Bitt den Kevin die Lederhose. Nein. Lieber nicht, hast recht. Das wollen wir nicht. Wollen wir auch nicht. Das will niemand. Das will auch niemand. Obwohl Tore vielleicht. Frag ihn mal. Ich bin auf seine Antwort gespannt. Sir Marius, was willst du jetzt eigentlich von mir, was mich geben wird? Essen. Und fucken. Ja, hm. Noch was? Ne, ich mach grad 64. Marius, wenn du willst, kannst du alles haben. Nein. Provozier mich nicht, Kevin. Ja, Ligas, das ist dein Einsatz jetzt eigentlich. Provozier ihn nicht. Das ist eigentlich dein Einsatz jetzt. Hey, Ligas. Hey, Kevin. Äh, Alex. Fuck. Du kommst schon mit nem Namen total durcheinander, kann das sein? Ja. Es sind zu viele Namen. Ja, wir kennen's ja auch noch nicht so lange, ne? Nee. So. Hey, wo geht's hier runter? Ah, hier ist das Enderportal. Das hab ich gesucht. Das ist ein Neverportal, meinst du? Das ist ein Neverportal, meinst du? Okay, ich bin soweit, denk ich mal. Ich hab jetzt alles mit. Ich hab jetzt Schaufeln mit. Ich hab Schwitzsacken mit. Ich hab Holz. Ich hab Steine. Ich hab Fackeln. Ja, Essen bringst du mit. Eine ordentliche Rüstung hab ich. Und ein leerblehres Inventar. Noch Warten, ne? Ich hab mir sehr schlau gebaut, ja. Also Holz bring ich mit. Wordbench bring ich mit. Ja, Holz hab ich auch ein bisschen was. Steine hab ich mit. Bring noch ein paar Fackeln mit. Oh, ich hätte Glas mitnehmen sollen. Ja, Fackeln mit Johnstack noch. Ja, okay, warte. Ich pack die Sachen nicht gerade. Du holt da Essen und die Truhe baue ich dir gleich weiter. So, ich geh schon mal in die Richtung, ne? Von dem, von dem, äh... Ja, warte. Ich bring dir noch ein bisschen mehr Essen mit. Das kannst du denn in deinen Truhen verschen. Ja, gut. Dann warte ich nochmal in meinem Haus, ne? Dann geh mal zusammen los. Dann weiß ich ja, wo ich mehr Essen holen kann. Ich warne dich, Kevin, ne? Nicht bei mir. Das, äh, ich guck die Folgen teilweise. Und wenn ich das noch einmal sage, wenn dir irgendwas geklaust, auch selbst wenn es geistig Abwesenheit geschieht, Kevin, ähm, hol ich mir das zurück, ne? Wenn nötig, mit Gewalt. Die Phasen des Gönns sind harte Zeiten, Kevin. Die Phasen des Gönns sind vorbei. Äh, wahrscheinlich... Wahrscheinlich hab ich schon... Wahrscheinlich hab ich schon... Wahrscheinlich hab ich schon... Wahrscheinlich hab ich schon aufgegessen, Markus. Mhm. Da machst du nix. Aber Markus, ich mach noch kurz ein paar Fackeln. Kannst du, dass wir Leute an meinen Truhen gehen? Ich hab nochmal kurz vier Stacks Fackeln gemacht, wenn du was brauchst. Ich mach dich auch. Mhm. Piepiepiep. Oh ja, oben Kartoffeln kann ich dir ein bisschen was mitbringen. So, dann kriegst du auch noch ein Steckchen Brot und noch ein bisschen Hühnchen. Ja, Karotten hast du selber. Das ist ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, ich denke, das reicht noch. Na, ist echt so, ne? So, dann nehmen wir noch mal einen halben Steck Rohholz mit, das wird ja reichen. Und, ach, 45 Word, müssen wir mal zwei mit. Ne. So. Okay. Die sind ja noch Schaufeln gewesen. Ich hab ja gar keine machen müssen. Sonst brauchte ich jetzt auch nichts mehr, wenn ich mich recht entsinne. Ach, mir fehlt schon wieder so viel Holz. Wo ist das ganze Holz hin, Mann? Ich hab nichts mit Holz gebaut. Hast du, Alex, kannst du mal so vier Eichenholz-Baustämme mitbringen? Ich kann dir noch was viel besseres mitbringen. Ich wollte dir nämlich gerade vorstellen, dass ich ja nochmal 64 mitbringe. Ja, natürlich können einiges, weil ich brauch nämlich ein bisschen was. Ich hab nämlich nichts. Ja, ich hab jetzt nämlich zwar nur noch drei Stacks, aber das geht ja schnell wieder zu erfahren. Gib mir zehn Minuten, dann hab ich wieder fünf Stacks oder so. Das ist kein Ding. Kein Ding für den King, yo. Ja, echt mal. Wir wollen jetzt nicht überheblich werden, ne? Ach. War die Pferde, Junge. Bezweifelst. Nicht Junge, yo. Jung. War die Pferde, Digga. Ja. Wow. Fuck. Das ging nicht sofort ins Wasser. Das ging erst auf den Zaun. Das war nicht blöd. Ich glaub, ich bin vom Server geflogen. Ja. Ja. Mit Recht. In der Tat. Und womit? Mit Recht. Was brauchst du hier für ne Wand? Geh mal, geh mal her. Achso, ähm. Mit Recht, Recht. Recht. Paarer Nutz, ne? Ich hab dir mal ein paar Vorräte mit. Ich mach was ganz Einfaches um den Kevin an diesem Zimmer. Danke, Alex. Warte, bist du zu bütig. Alter, Alex. Du. Wenn das nicht reicht. Danke, Alex. Wenn das nicht von Anfang erstmal reicht, dann weiß ich auch nicht weiter. So, jetzt pass mal auf. Weißt du, soll ich dir mal... Opa, Lach. Soll ich dir mal zeigen, wie man den Kevin effektiv von seinen Truhen weghält? Pass mal auf. So, du machst das so. Du machst das so. So, du machst so, so, so. So, du machst... Soll ich auf die andere Seite kommen? Gleich, ja. So. Okay. So. So und so. So, und jetzt gehst du hin. Du holst hier ein bisschen Eisen. Iron. Ich weiß, was du vorhast, aber ich kann dir sagen, ein Glas ist nicht sehr widerschönsfähig. Lass dir, wenn da ein Glas kaputt von ist. Gibt's das in 10-fachem Wert zurück, du? Das sag ich dir. Habe ich noch so ne Fickse, Markus? Ja, Alex hat ja auch zu tun. Ja, Markus, was ich dir noch empfehlen kann, nimm bitte ein Bett mit. Ein Bett, jawoll. Da baue ich mal eins grad ab, da vorne. Das wäre, das wäre die Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, weil ich es selbst nicht dran gedacht hatte, aber ich habe immer eins im Inventar. Okay. Dann mache ich das auch. So, Adventure-Bad. Ich muss eh noch ein bisschen aus. Adventure-Bad. Ganz genau. Das Adventure-Bad. So, habe ich auch mit. Ja, Niklas, das hatte ich schon vor dir, wenn es da noch geht. Warte mal, jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal hier so ein Dings bauen. Da brauche ich einen Stick für und du weißt, was zum Umlegen, Alex. Du weißt, was ich meine, ne? Lieber, ja. Was brauche ich dafür? Ein Stick und für ne Pflasterstein. Pflasterstein. Hab ich. Danach kommt man sofort los. Brauchst du noch ne Workbench? Ne, hab ich hier alles in der Ecke. Aber so weit weg, da musst du so viel laufen. Ja, das weiß ich. Aber da kann ich mit dem. So, pass mal auf, Alex. Warum werfst du denn alles weg? Oh, ich werfe, ich will da nicht alles wegwerfen. Also rein aus Prinzip. So. Pass auf, zap, zap, zap und. Ne, ich muss erst mal, erst mal mich das alles in die Ecke grundsortieren. Warte mal. Ähm, du kannst übrigens den lieber nicht auf Glas platzieren. Hä? Du kannst den lieber nicht auf Glas platzieren, kann ich ja so sagen. Mhm. Der muss direkt daneben sein. So. Ja, das müsste gehen. Und einfach nur der Symmetriehaser. Gute Idee. Sieht so aus, kann man lassen, ne? Oh. Vorher sah es theoretisch besser aus, aber... Ja, jetzt, ja. Kevin? Guck mal, Kevin wird an die Truhen gehen. Ich bin nicht verstanden. Scheiße, Kevin, ne? Scheiße, Kevin, ne? Und jetzt mach den doch da oben den lieber. Über der Tür. Oh. Boah. Oh, mein Eisenschwert ist bald kaputt. Das ist nicht. Ja, scheiße, ne? Kevin wird an die Truhen. Was macht Kevin? Was... Was damit so besonders? Ach so. Ach so, ja. Ja. Hä? Dann baue ich ein Glas ab, holen wir es an die Truhen und baue es hier hin. Sehr antwortvoll. Sehr antwortvoll. Sehr antwortvoll.